ja herzlich willkommen wieder auf meinem kanal ja heute machen wir mal wieder einen rundgang über die burgdorfer kirmes endlich ja wie ihr seht habe ich das kameralicht an aber ich vergessen auszumachen aber naja so können wir es auch machen so als ältester haben wir die musikexpress von farley von schausteller klante und sohn und direkt daneben haben wir den in finiti von hofnagels und dann noch mal den breakdance breakdancer note 2 von dreon vespermann ja dann machen wir mal weiter runter dann gehen wir mal hier hin zum ex faktor hier haben wir den ex faktor mir fällt jetzt gerade nicht der sprungsteller name ein alter singt immer mal weiter wie ihr schon hört geht da die pote ab dann haben wir noch eine achterbahn die kleine achterbahn die smart den smart poster auch von klant und sohn ja und hier der breakdance der sich auch bewegen kann und gerade ausgedacht ist sohn ja sohn ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh nein! Wie ihr seht, sind hier zwei Breakdancer auf der Girmes. Einmal den Breakdancer von Klante und Söhne, Sohn. Und einmal hier den Breakdancer Note 2 von Real West. Oh Mann! Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier haben wir nochmal den Infinity. Haben wir ja noch ganz vergessen. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit diesem Bild hier verabschiede ich mich. Und sage bis zum nächsten Video von der Burgdorfer Kirmes. Und damit tschau tschau. Euer Kirmes Marlon.